Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute eine Eigentumswohnung in Wittenförden. Diese charmante Dachgeschosswohnung in Wittenförden, direkt vor den Toren der Landeshauptstadt Schwerin, bietet ein ideales Zuhause oder eine attraktive Kapitalanlage. Die Wohneinheit ist Teil eines massiven Mehrfamilienhauses, erbaut im Jahr 2001. Im Gebäude gibt es insgesamt acht Eigentumswohnungen und dazugehörige Parkplätze direkt vor dem Objekt. Die Wohnung hat ca. 72 Quadratmeter Wohnfläche und ist durch Dacht aufgeteilt. Sie umfasst ein geräumiges Wohnzimmer, von dem aus der Zugang zur Loggia besteht, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Duschbad. Das Wohnzimmer bietet dank seiner Lage im Dachgeschoss viel Licht und eine angenehme Atmosphäre. Zudem lädt die Loggia zu entspannten Stunden im Freien ein. Zur Wohnung gehört auch ein praktischer Abstellraum im Kellergeschoss. Zusätzlich stehen den Bewohnern des Hauses gemeinschaftliche Räumlichkeiten wie ein Fahrradkeller, ein Heizungsraum sowie ein Wasch- und Trockenraum zur Verfügung. Das gesamte Gebäude wird zentral mit einer Gasheizung beheizt, welche erst kürzlich im Jahr 2022 erneuert wurde, was eine nachhaltige Energieversorgung darstellt. Obwohl bisher selbst von den Eigentümern genutzt, bietet diese Wohnung bei einer Vermietung potenzielle Mieteinnahmen von ca. 7000 Euro jährlich, was sie zu einer lohnenden Investition macht. Sie können diese Immobilie jetzt auch virtuell besichtigen. Schalten Sie sich dafür einfach auf unserer Website für den 360-Grad-Rundgang frei. Leicht verständliche Grundrisse und die Maßbandfunktion werden Ihnen dabei helfen, sich mit der Immobilie vertraut zu machen. Abonnieren Sie uns jetzt auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Denn hier präsentieren wir Ihnen die neuesten Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat.